Wir fahren jetzt zu Nussrett. Was essen. Meine Haare konnte ich nicht machen, weil der Föhn hier einfach ganz ganz schwach ist. Die sind jetzt immer noch nass. Aber ist ja auch egal, wir haben richtig Hunger. Ja. Und der ist auch da, dieser Nussrett. Mal gucken, ob wir ein Foto mit dem machen können. Das Wetter ist wunderschön. Das war geil alles. Sehr, sehr geil, geil, geil. BIP, 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 BIP. BIP, 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 BIP. I am strong and I'm quiet. I have a legacy story. So, wir sind jetzt bei Nussref, hier im Wintergrund kriegt man schon das geile Fleisch, ich hab mal auf Snapchat gesehen, dass hier so ein geiles Fleisch mit so einem Knochen in der Mitte und dann wurde das so mit Butter überströmt, begossen und das wollte ich gerade bestellen und der Typ hat mir gesagt, das ist ein Special, das gibt's nicht auf der Karte, also kostet das auf jeden Fall ordentlich viel Geld, auf der Karte das teuerste war 275, das teuerste Steak, ohne Beilagen und das, was wir jetzt bestellt haben, ist nicht auf der Karte. Du hast genau so. Da habe ich auch so auf Internet gesehen. So wie cool ist der Karte hier? Nein. So wie schön ist das? Ja. Teili. Echt. Das war's für heute. Okay, wir machen jetzt einen Test. Was ist das überhaupt, ich muss sagen, was das ist. Das ist die Calpaccio, unfassbar. Wie teuer ist das? 30. Geil, ne? Wow, das ist das gut. Ah, ich traue. Da hat er Nussrett getroffen, der wollte unbedingt mit Kylie ein Foto machen. Wir haben auch ein Foto gemacht. Und wir essen jetzt mal, weil ich hänge nur mit der Kamera nach. Und? Wie viel schätzt du, wie teuer das ist? 500, 600? Wir haben bestimmt für scheiß 600 Dollar das Fleisch gehört. Ja, das ist gut. 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 Vielen Dank. Oh! 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 Ich bin voll umgeknickt, ich hab mir fast das Bein gebrochen. Ich bin die Autos von denen. Pst, da wird doch was anderes. Komm mit ne Kosche, mit zwei Krankehals. Also wir haben jetzt fertig gegessen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das Fleisch war. Das hat sich auf jeden Fall super gelohnt, der Typ ist auch voll cool, also war ein richtig schöner Abend. Richtig geil. Wie viel haben wir jetzt für zwei Stunden Parken bezahlt? 27 Dollar will er haben. 27 Dollars für Parken. 12 Stunden Parken. Korrekt. Ey, willst du nicht? Ist ja dir zu frisch, der Zwanni. Wie? Da hättest du einen Carpaccio bekommen bei Nusret. Einen halben. Das war ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ja. Bis zum nächsten Mal.